Ah, Mist. Ah, fast. Dankeschön. Ähm, abspeichern. Jetzt, wo ich die verfluchte Tor aufhabe. Hallo. Sollen wir uns nicht mal um den kümmern, um diesen blöden Typ hier? Ähm, zwei gegen einen, ich weiß es ungefähr, aber, wow, der kann im Fluke tanzen. Oh, ist das geil. Das macht mir ja Spaß. Ähm, lass mich hier rein. Ich will hier rein. Ähm. Problem ist, ich muss da hoch. Komm ich da hoch? Die Tür ist von innen verriegelt. Schlüssel erforderlich. Oh, was ist passiert? Ach ja. Da hat er noch ein paar wunderbare Sachen. Die kann ich ja alle mitnehmen. Bleib mir mit dieser Magie bloß vom Leib. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Er sagte, es sei ein Sitchik-Mönch gewesen. Nee, das war Kaya. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skoma getrunken. Das war Kaya. Ich komm hier einfach nicht rüber. Da komm ich rüber. Ach, immer mit der Ruhe. Ich hab auf zu meckern. Da wär ich reingekommen. Da muss ich hoch. Das Ding hat keine Tür. Die Tür ist verriegelt. Jetzt, wo ich ihn auseinandergenommen habe, müsste ich doch... Okay. Aber was bringt dann diese Treppe hier hoch, wenn man hier nirgendwo rein kann? Oh, ich springen kann ich auch nicht. Hm. Ich hab jetzt auch keinen Eingang. Das Ding hat einen Balkon ohne Eingang. Ja, wo muss das denn eine Tür geben? Bullis Haus. Mal gucken. Vielleicht gibt's ja Unterirdischen. Nö, aber... Solltet ihr mit meinem Mann sprechen? Mooooooon. Bullis ist irgendwo in der Nähe, um die Armen mit seinem Unsinn über Mara zu beglücken. Nehme nicht auf den Nerven, weil sie geht nicht weiter. So. Boah ey, du stehst mir auch permanenten Weg, wa? Gut, raus. Nö, nö, ich sei jetzt nicht. Zier her und nicht weiter. Hä? Ähm... Ich... Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begonnen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Leckt mir doch am Arsch. So. Ich habe den jetzt hier... Komm, 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 komm. So. Ja, ich weiß, komm, Ruhe mit dir. Muss man sich antun. Ist das eigentlich das Haus, wo ich die ganze Zeit einbreche? Ne, das ist ja vorne. Ja, ich bewege mich trotzdem. Das wäre wunderbar. So. So. Ich muss da irgendwie hoch. Das ist das Haus. Von innen verriegert. Ähm, ich werde jetzt mal... Quatschen hier. Tempel der Mara. Oder auch nicht. Wie komm ich da rein? Gibt es irgendeinen Hinweis? Brich im Mörsers Haus ein. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heile gebrauchen. Ja, finde ich auch. Gibt es im unterirdischen Weg vielleicht? Gibt es hier eine geheime Tür? Eventuell. Hey, aufpassen! Ach, immer mit der Ruhe. Ähm, von der anderen Seite verriegelt, ja. Wenn ich jetzt hier hochgehe, bringt das ja auch nicht. Hey, aufpassen! Ach, immer mit der Ruhe hier. Dann gehe ich jetzt mal hier rein, zu der Halle der Toten. Vielleicht komme ich ja irgendwo auch hin. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Nö, muss ich nicht. Ihr geht jetzt besser. Wird ich ja. Ihr geht jetzt besser. Ihr geht jetzt besser. Kannst nur das eine sagen. Seid ihr hier, um die Grabpflegerin auszulachen? Nein, ich bin hier, um mich mit ihr zu vergnügen. So. Wenn ich nicht gegen die Tür laufe. Der Tempel der Mara. Hier ist aber nirgendwo ein Zugang zum anderen Haus. Ob hier sind oben oder unten. Hier unten nicht und so weiter. Aber nicht, wenn ich euch beklaue. Hallo.